Hallo, ich bin Raul Richter von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich spiele dort den Dominik Gundlach. Ja, und wenn ich die Macht hätte, dann würde ich ganz groß für Demokratie einstehen, denn das ist die einzige Regierungsform, die will ich unterstützen. Und wenn ihr das auch unterstützen wollt, dann geht auf duhastdimacht.de und guckt ein bisschen, was wir so machen und beteiligt euch. Also, macht mit!